So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen wunderbaren Folge vom Landwirtschafts-Simulator 2019 hier wunderschön auf meinem wunderbaren Kanal mal wieder, schön dass ihr dahergefunden habt. Wir sind ja jetzt am Sammeln von den letzten paar Resteln auf diesem Grasfeld. Jetzt haben wir mal gespannt was richtig rauskommt. Also jetzt haben wir mal 24.000 oder 23.000 kamen noch raus. Dann müssen wir uns noch das also nicht das Schiebeschild, wir haben ja uns kein Schild gekauft, wir haben uns ja eine oder möchten uns noch, muss ich dazu sagen, eine Rolle oder was ist denn das? Keine Ahnung, irgendwie sowas herstellen, oder kaufen. Wie komme ich denn auf herstellen? Ey, was nehme ich denn für Drogen? Bitteschön. Gucken wir mal. Also nicht mal gucken, was ich für Drogen nehme, sondern mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen, allgemein. Kommen wir zurück. So. Jetzt komm mal, komm ich hier besser rein. Ja, wunderbar. So. Letzte Folge haben wir ja noch mal am Ende, äh, selber unser, nochmal bis rechnen müssen. Damals haben sie alles per Hand gemacht. Woah. Große Runde zu nehmen. Wer die letzte Runde mitnehmen. Sehr gut, schaffe ich. Ja, geschafft. Also letztens, dann das bisschen dort und dann immer vor und immer zurück durch nochmal fahren. Erstmal so den Rand noch ein bisschen sauber kriegen. Das war nicht das Wichtigste, aber man sollte ja nicht alles am Boden liegen lassen. Dann können wir eigentlich jetzt, wir fahren jetzt hier durch. Dann fahren wir unten lang. Und dann können wir nämlich von unten dann nochmal hochfahren. Dann können wir nämlich da drüben anfangen den Weizen zu pflanzen. Das wandelt sich langsam echt zu einem sexy Hof. Muss ich schon mal sagen. Also mir gefällt es langsam hier. Wird langsam wohnlich. Also wohnlich. Mein Arbes Haus. Wer weiß, das werden wir uns bestimmt auch irgendwann mal wiederholen können. So, Helfer C hat fast einen vollen Tank. Gut zu wissen. Also solange es noch nicht ganz voll ist, passt das ja. Nehmen wir mal hier das noch auf. Dann sind wir ja auch schon fertig. Wenn ich diesmal glaube ich rückwärts ran fahren. Ans Fahrsilo. So, der so dreckig. Guckt euch mal das Elend an. Sieht das schlimmer aus als ich, wenn ich frühs aufstehe. Oder das ist schon eine Blei. So. Aber ich versuche hier schnell drüber zu fahren. Und dann noch mal auf den Kasten. Also, ich versuche hier zu fahren. So. 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 Dann ist der hier leer. Dann können wir uns Was können wir uns jetzt? Kuppeln wir den ab? Kommen wir uns jetzt ein neues Fahrzeug? ich weiß es nicht heizen tut es mir schon, aber wir wollten ja nur Tiere kaufen wir wollten uns ja Kühe holen, aber Kühe werden uns sowas von den Hals brechen die Schafe wollten wir zuerst aber Kuhweide ist bestimmt Wasser, Gras, Silage keine Ahnung was das ist wir hatten uns auch mal informiert gehabt genau als Tiere, Pfleger, Kühe und das beste Futter Gras für Silage und mit Gras können wir sie füttern oder mit Heu zwei Heubeinen und ein Strohbein der ist Silage der ist schön teuer das Fahrzeug der ist schön teuer die Tier 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 und um 58 warum habe ich so lange das im Preis gesucht Oh, der hat einen vollen Tank Dann komme ich gleich mal zu dir Dann fahre ich doch gleich mal zu dir Mein kleiner Süßer Dann können wir uns glaube ich Dann gleich noch drum kümmern, dass wir Eigentlich ein komplett neues Feld Wenn man so nimmt, guckt mal Was wir hier eigentlich einnehmen Wir nehmen ja nichts ein Da kommt, gibt es irgendeine Bruch Die so extrem explodiert An Geld So, ja 1006er Mich ist natürlich auch nie das Schlimmste Wolle, naja Ich wüsste Zuckerrohr, was brauche ich denn da alles Wenn ich Zuckerrohr ernten möchte Die Fruchtzahlen vernichtet Hm Störe mal nicht hier in Kotler mit der Saatmaschinen daher Da können die sich kümmern Saat wählen Saat wählen Raps, Soja, Öre, nicht Gras, Weizen, Gerste Wir wollten Weizen machen Was brauchen wir für Zuckerrohr Rübentechnik Doppelzuckerrohr-Technik Ja gut Ich glaube, das können wir alles erstmal Ein bisschen beiseite stellen Dann gehen wir Wir können ja die Kühe mappen Wir können die Kühe mappen Wir machen glaube ich die Kühe Wir werden die Kühe machen als nächstes Bei Schafe, die brauchen gar nichts Ne, wir machen Schafe Kann ich ihnen dann noch einen Ah hier, sind wir sofort 24 Könnte ich mir sogar leisten Ich kann die mir 10 Schafe holen Gut, das werden wir glaube ich der nächste Part machen Ich lasse die Maschinen wieder mal ein kleines bisschen arbeiten Auf jeden Fall bis das Fall getaft Sehr profit ist Dann muss ich sagen, wenn ich da ganz gut gefallen habe Gib mir nur noch nicht einen Daumen und schreib mir in den Kommentar Ob ich mir davon sehen werde Doch nicht nur im Smith Normals aktuell Tschö tschö tschö